Hallo, ich bin Claudia Piel, ich bin Musicalsängerin und Musicalregisseurin und leite die Musical Academy Schleswig-Holstein MASH am Nordkolleg in Rendsburg. Wir haben Frühling 2020 und ich habe mich wie jedes Jahr darauf gefreut, im Sommer nach Südfrankreich zu fahren und ich da irgendwie mir die neuen Inspirationen holen kann, aber naja, ihr wisst ja, dieses Jahr ist wahrscheinlich nichts. Also, eigentlich wäre ich in der Provence, doch leider geht Social Distance, weshalb ich diese Tour vermied und singen Garten jetzt mein Lied. , wenn er mich in mein Lied hat, wenn er mich aus Willie sagt, wie in meinem Lied hat mich mit einem Lied. Er sagt mir zwei Voraussagen, zwei Voraussagen all daily und das tut mir etwas ist. Es ist leid, in meinem Geist, eine Art der Schönheit, denn ich weiß die Grund. Es ist er, dass ich mich in meinem Leben versuche. Er hat mir gesagt, dass ich mich für mein Leben versuche. So schließlich Holstein ist ja schön, das möchte ich schwören, doch keine Grillen sind zu hören, ganz anders lebt sich's hier am Deich, nur unsere Flaggen sind fast gleich. Musik 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 Musik